herzlich willkommen zu einem geburtstagsvideo am 8 dezember 2020 von mir gregor winterlandschaft heute an diesem besonderen tag am 8 dezember haben drei leute die mir etwas bedeuten geburtstag und es ist noch dazu der feiertag in österreich zumindest ich weiß nicht wie es genau in deutschland ist vielleicht auch ein teil von deutschland und der schweiz nämlich maria empfängnis ja nicht maria im gefängnis das heißt maria empfängnis für das kind habe ich auch immer gesagt maria im gefängnis dazu verstanden habe naja jedenfalls wie ich zu den personen etwas sagen die geburtstag könnte haben also erst einmal alles gute an ralf an petra petra ich peter petra und an holger jetzt kommen wir zu den personen also ralf kennst du schon lange seit bald vier jahren uns kennengelernt damals von marcus talk da wurden wir durch marco rein zufällig chat moderatoren das ist ein kanal damals von marco aus marcus talk und der leider passiert hat heutzutage also der kanal ist nicht aufrufbar könnt ihr auch nicht mehr abonnieren leider und ja da wurden wir chat mods quasi und so haben uns kennengelernt durch den motto auch und so haben uns quasi nie kennengelernt was unsere interessen sind wo man wohnen circa unsere namen et cetera pp also beruflich machen und so weiter ja und ja natürlich auch erfahren dass er ralf am 8 dezember geburtstag hatte und er ist heute 36 jahre alt 1984 ist er geboren genau quasi letzte zahl beim ja ein casino wohl jetzt kann man sagen ja und ja ich mag ihn wirklich sehr er ist ein besserer freund für mich geworden er hat auch seine eigenheiten seine verrücktheit und so und ja manchmal kann er auch ein bisschen unerträglich sein störend sein aber sonst ist er ein netter kerl ein lieber kerl macht immer späße et cetera und so weiter ja und vor allem dingen erkennen sie auch bei technischen problemen aus vor allen dingen bei internet problemen also mit sachen technik computer internet händis kennen sich sehr gut aus und hat uns schon oft auch ausgeholfen so auch mit computer somit internet auch was mit ja immer gehackt worden ist was man da tun kann und woanders liegen kann kennen sich auch aus aber vor allen dingen bei internet probleme mit internet abbrüche sind da kennen sich bestens aus weil es hat am eigenen leib gespürt ja wie er probleme gehabt hat mit den internet anbieter damals damit t anfängt und mit m aufhört und also pink ist mit der farbe her wie soll ich meine ja und das ist quasi sein markenzeichen ja da habe ich heute auch in den rap erwähnt quasi als lied ja und sonst ja er ist auch chat moderator bei mir wir beide waren chat moderatoren kollegen nicht nur bei marco also markus troxen auch bei holger bei massengeschmack tv quasi ja er macht auch die arbeit dass chat moderators sehr gut bei mir auch loben und ja er hat es nicht leicht im leben oft kenne ich von mir vielleicht passen wir deswegen auch so gut zusammen wer weiß ja also das war mal zum ralf aus nrw und dann mag auch das wort jänner sehr gerne obwohl er aus nrw kommt aus deutschland finde ich auch cool dennoch erwähnen in österreich sagen wir jänner zum nächsten monat übrigens ist die deutsche sagen januar in der marke lieber jänner oder deutschland genau und jetzt kommen wir zum mutter von etzel nämlich petra übrigens eine schwester von mir eine halbschwester heißt auch petra deswegen habe ich mal auch den vornamen von ihr so gemerkt so gut und die hat heute auch geburtstag ich werde es allerdings nicht wie alles nicht genau wie als sie geworden ist 50 51 bin ich ganz sicher ich will nichts falsches sagen deswegen sage ich nur sie hat geburtstag und ja wird ja auch dazu sagen sie ist auch eine sehr nette frau sehr nette person was ich so hörte bei exlimmer bei seinen streams und sie hat mich auch damals unter anderem hat sie auch entschieden dass ich reinkomme bei dem battle rap turnier quasi das war das vorletzte battle rap turnier auf seinem youtube kann mal kanal ehemals bei exlimmer 95 akka tobias und dadurch sie mit entschieden dass ich reink darf und dass ich super rappen kann also a cappella damals und dann hat er mich reingenommen aber ich habe beim vorletzten hätte ich mitmachen können weil da war schon quasi die runde voll es waren schon glaube ich acht oder 16 leute schon vorhanden und da hat der excel dann gesagt ja ich kann beim nächsten mal mitmachen sozusagen eine wild card also quasi ein bonus bonus card oder wie man es nennt dass ich nächstes mal technik machen kann ohne mich beweisen zu müssen vor excel gut ja dann vergingen ein paar wochen da war das letzte battle rap turnier leider muss ich sagen das letzte ich habe damals gedacht das wird nicht das letzte sein aber es war dann leider das letzte es war am 31 mai 2019 und so genau weiß noch das datum so zwei tage vor meinem geburtstag damals war es gewesen und da habe ich mitgemacht der excel habe ich reingenommen der hat das noch gewusst nicht aber am anfang geglaubt ich fall gleich raus irgendwie so sagen so so negativ eingestellt weil schon alles so mein leben kannte von der schulzeit studienzeit vom führerschein und so weiter auch und so fort aber nein dem war nicht so ich habe das battle rap turnier das letzte von excel 95 gewonnen gehabt darüber habe ich mich sehr gefreut aber auch in excel 95 akka tobias dafür sehr gedankt dass er mir die chance gegeben hat dass ich das machen durfte machen konnte weil so viele chancen hatte ich oft nie mehr leben ist er aufgrund meines autismus oder weil ich zumal russ bin oder so das wisst ihr schon längst bescheid auch durch mein buch der bildungswahnsinn und ich da habe ich auch quasi excel erwähnt hat nicht den namen aber ich habe erwähnt dass er mir wirklich da chance gegeben hat und er mich geglaubt hat und das habe ich sehr ehrenhaft gefunden deswegen habe ich auch der mutter von excel gestern 5 euro auch gespendet ja wo ich nicht müssen hätte aber ich habe es gerne gemacht und da wollte ich auch noch mal sagen alles gute noch an der mutter von excel zum heutigen geburtstag ja und er heißt jetzt der excel heißt jetzt nur mehr excel und ist auf trobo unterwegs also abonnieren auf jeden fall kann nicht schaden leider kann er nicht mehr für youtube streamen oder auf twitch weil er da gebannt worden ist leider aber die man eben noch trobo und man muss dazu sagen heute bereif ist genauso immer ich auch was gespendet nicht wenig ich habe in das bild gezahlt für den rep ich habe heute mit dem casino gespielt echt geld er hat sich alles aussuchen können und ich habe da umgeheben auch gegrüßt auch wieder gespendet habe ich schon was meinen privaten jedoch hergegeben für meine freunde für den guten zweck wenn man hätte immer sagen ich behalte noch alles für mich und so weiter also keine sorge und ja das zudem und das nächste ist der holger also holger kreimeyer akk massengeschmack tv auf youtube hat auch eine eigene webseite fernse kritik und so weiter massengeschmack tv und ja er hatte mich leider letzten tage sehr enttäuscht was da war mit dem nikolaus stream da man hat anrufen können ich wollte anrufen immer hätte hätte nichts böses gemacht gar nichts war eigentlich immer nettes anrufen und so da wollte man nicht dran nehmen habe ich gesperrt gehabt hatte sogar vor 500 zuschauen öffentlich gesagt ich darf nicht anrufen und das hat mich schon sehr gekränkt und beleidigt muss ich ehrlich zugeben mein wenn selbst ein typ der in öffentlich vor 1000 zuschauen damals zweimal hintereinander bedroht hat ihm mit einem revolver zu erschießen ja den hat er nicht gesperrt denn hat auch nicht gesagt dass ihm anrufen und so das war ihm vollkommen egal aber ich dann überhaupt nichts getan hat der für im chat moderator war wirklich mindestens ein halbes jahr lang was er auch die drecksarbeit gemacht hat unentgeltlich der hater entfernt hat alle die scheiße geschrieben hat quasi entfernt hat und am anfang nicht schatten und war einige wochen lang bevor der ralf und der niklas dazugekommen sind weil ich ja allein und ab 1000 zuschauer oder 500 zirka bewältigen müssen das war nicht gerade einfach und ich habe es aber gern gemacht und ja er hat mich damals gemocht und dann auf einmal ist irgendwie nicht nur das ich jetzt schade weil ich habe mich quasi für ihn geopfert quasi und das finde ich jetzt schade dass es nicht gewürdigt wird ja ja sogar seine hitter manche dazubekommen auf meinem kanal jedes mal bei jedem video dislex vergeben nur dass sie damals bei holger gesperrt haben sie dann auch schade denkt mal darüber nach holger was du machst du kritisierst immer gerne andere firmen andere youtuber andere fernsehsender und so wenn sie ungerecht sind zu manchen leuten und so organisationen und so weiter und so fort aber selber bist du kaum besser wenn du mich sperrst obwohl ich nichts gemacht habe nur vielleicht ein bisschen anders bin das anrufen als andere anrufen überleg dir das mal und ja ich habe das meine mutter noch nicht erzählt und soll man sagen ich könnte es erzählen meine mutter könnte jetzt wirklich machen irgendwas hat meine mutter hat kontakte zu medien zur politik und so weiter meine mutter hat sich sogar damals mit dem bundespräsidenten angelegt mit politikern mit schulen und so weiter dagegen bist du holger sozusagen ein kleines lüftchen also wenn sie will kann man nur darf drehen aber ich mache es trotzdem nicht weil gerade vor der weihnachtszeit sollte man sich vertragen und ich finde wir können uns mal aussprechen oder vielleicht kann meine mutter mit dir reden ganz zivilisiert ganz gesittet und ruhig weil schau wir haben es trotzdem immer vertragen die leute haben es gewollt dass ich angerufen habe vielleicht nicht alle schon klar aber kann sich allen recht machen aber die meisten haben meine anrufe gemocht und hätte es nicht so viele gegen kommentare bekommen bei der nikolaus drehen und dass welche angerufen dass ich anrufen soll ich meine sagt schon alles aus wer würden es sonst machen wenn ich jetzt nicht das anrufe gefragt wäre verstehst du holger ich meine schade deiner firme auch nur wenn jetzt plötzlich nirgendwo gehettet ist nicht nur von meiner community ich habe denen gar nichts gesagt wirklich ich habe nur traurig und sauernden tag aber die leute machen es automatisch kriegen das ja mit das wäre auch nicht gerade der hit für dich oder ja ich würde dazu sagen ich hoffe ihr könnt wieder vertragen ich ich habe ja normal anrufen ich meine studie ja nichts du nichts böses früher war das auch nie ein problem bei für dich ja ganz auch mal gerne eine winterlandschaftspläude anrufen habe ich auch kein problem damit in der hundeste folge kommt bis gern eingeladen ist krass das anrufe weil umgekehrte situation dann im jänner oder januar 2021 wenn die hundeste folge kommen jetzt neuen konzept ja das war zu dem jetzt sagen wollte und auch trotzdem alles gute noch mal zum geburtstag lieber holger und grüße nach hamburg und ja ich habe die muss auch geld gespendet damals und so weil ich eben was sie schon mal sagen die treu war und so weiter und so fort ja das auch nicht vergessen das war es zudem so und das zum schluss würde ich noch sagen ich wünsche euch allen einen schönen feiertag maria empfängnis nicht im gefängnis sondern empfängnis ja schönen feiertag und die dann österreicher und ich glaube in deutschland und der schweiz gibt es auch manche bundesländer bzw kantons die den feiertag haben dann würde ich sagen das war's mit dem video noch mal alles gut an alle drei zum geburtstag und bleibt gesund bleibt noch lange im leben übersteht diese krone krise ich hoffe dann wird alles besser im nächsten nächsten jahr und auch dann im laufe des neuen jahrzehnts ja jetzt hat schlecht angefangen aber sag immer wenn etwas schlecht anfängt dann hört es meistens gut auf kann man so sagen happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you dann tschüss verlieben tschüss do svidania euer gregor max acker winterlandschaft tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020